Hey Leute und jetzt Willkommen zu einem neuen Part zu Jutrofas Live 2 Seh schon, unsere CPU ist da, die wir ja schon geholt haben Ich will nur die Parts aufnehmen, also nur Commentary machen Da Da und... Moment Okay Und wir haben die Hälfte erreicht Wieder Zack Weil wir brauchen unbedingt die halbe Million Oh, darum wollte ich mich auch einmal noch nachgucken Äh, äh, GoRoot Ähm, ne, aber das sieht nicht so aus, also werden wir das hier bekommen Weil... Weil... Aber ich weiß selber nicht, was ich denn bekommen kann Weil wir müssen Immer noch... Immer noch... Immer noch, ähm... Er sagt, dass wir mal... Dass der... Äh... Ach man, ich... Fack ich ja mal wieder heiß Dass der... Wir... Also dass der uns da... Vertrauen schenkt Aber aktuell, wie man hier sieht, er vertraut euch auch nicht genug Aber aktuell, wie man hier sieht, er vertraut euch auch nicht genug Ich erinnere mich wie viele genau. Weil da müssen wir auch noch hin. Ich bin sicher, dass wir dafür die halbe Million brauchen. Ich bin sicher, dass wir dafür die halbe Million brauchen. Und 400. Und man sieht, wie schnell wir das Geld wieder rein bekommen. Und das meine ich hier. Weil wir bekommen das Geld schnell wieder rein. Ein F. Amazing. Da. 2, 3, 4. Video aufnehmen. Da. Bei dem. Da haben wir auch wieder, was da auch wieder sehr gut passt. Weil jetzt ist das egal. Weil wie ihr hier seht, wir sind das aber so nicht geschafft. Videobearbeitung. Commentary. Zack. Zack. Und zack. Ich mach mal 6.000. Und? Damit hab ich der Part auch schon wieder zu Ende. Aber was will man machen? Ja, jetzt praktisch nicht. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 7. 4. 5. 4. 5. 5. 4. Mal gucken, wieviel Parties wir brauchen. So dann, in dem nächsten Part, da reden wir ein bisschen intensiver nochmal darüber. So dann würde ich sagen, war's das dann für heute, so.